Herzlich willkommen! Schön, Sie hier zu treffen. Ich bin Vanessa Redwisch, Inhaberin von Redwisch Immobilien. Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen in zweiter Generation, das auf eine lange, solide Erfahrung zurückblicken kann. Besonders für Immobilienbesitzer, die ihr Haus zu Bestpreisen verkaufen möchten, sind wir ein starker Partner. Denn Immobiliengeschäfte brauchen vor allem eins, Sicherheit. Denn gerade jetzt im Wandel ist Sicherheit ein breites Know-how der schnell verändernden Preise und Bedingungen für den Hausverkauf unsere Stärke. Wenn Sie Immobilienbesitzer sind, möchten Sie aber vielleicht nicht nur den bestmöglichen Preis erzielen, sondern einen Käufer finden, der Ihr Haus und dessen Besonderheiten genauso liebt wie Sie. Wir begleiten Sie im gesamten Prozess der Abwicklung, damit Sie schnell zum Ziel kommen und aber ein gutes Gefühl haben. Wir beschützen Sie vor Gefahren und Fallstricken. Denn kleine Fehler können schnell teuer werden. In Ihrer Mission bin ich als geprüfte IHK Immobilienfachwirtin unterwegs. Wir sind ein Familienunternehmen. Dadurch profitieren Sie auch vom enormen Erfahrungsschatz meines Vaters Jürgen Redwisch, der schon vor über 30 Jahren sein erstes Bauträgerunternehmen gegründet hat. Auch er steht Ihnen heute mit seinem großen Erfahrungsschatz und seiner Marktkenntnis zur Verfügung. Uns ist es wichtig, Ihnen einen persönlichen und einzigartigen Service zu bieten, der so individuell ist wie Sie. Gerne berate ich Sie zu Ihrem Immobilienprojekt. Gemeinsam loten wir Ihre Chancen aus. Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Infogespräch mit mir. Sie finden das Formular hier unter dem Video. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.